Hat er ein Foto? Nee, ein Video. Ja, hi. Ein Video vor allem. Ich bin lieb. Chris, so lieb. Also die Mechanik von dieser Kino-Ball ist der Hammer. Ich hab mir das gerade angeguckt. Ihr sollt jetzt nur ein Leben groß rüber schicken. Hallo Andi. Wir sind Kurz und Wasser. Du kennst uns sicherlich. Von Facebook. Wir finden es echt schade, dass du heute echt nicht da bist. Was soll ich dazu sagen? Der nickt nur, der weiß gar nichts mehr. Der ist auch okay, der genauso. Noch schlimmer, aber trotzdem wäre schön gewesen, wenn ihr hier wisst. Viel Spaß noch und halt die Uhr steig.